Hey, jetzt kommt's drauf an. Kein Rücksen, Kutzen oder sonst was. Pass auf, Mann, ja! Christian? Mhm. Christian? Ja? Oh. Ein bisschen härter vielleicht. Ja, mach hilfreich. Ja, mach hilfreich. Ich muss in die Turnhalle. Pass auf, ich sag's hier! Eracht euch nix. Ihr seid nicht versichert. Könnt schon. Ja, aber was? Ja, mach hilfreich. Jetzt haben sie dich! Das Spiel ist aus! Das Spiel hat doch gerade erst angefangen! Also was soll ich jetzt sagen? Wir können noch Lärmung einbringen! Ja, Lukas, da könnte man selber hinlaufen, da laufe ich nicht hin! Nein, ich laufe nicht mehr! 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 Nein, ich laufe nicht mehr!